jo liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem rennen event aus schweden heute geht es los schon mit zehn komma 27 kilometer wieder manchmal 33 44 44 machen wir und jetzt geht es auf jeden fall los naja geht jetzt los mit schweden rennen event nummer drei das letzte für heute also nicht letzte freude sondern ich nehme meinen zweiten reifen mit wir sind wir sorry dass ich ein bisschen nicht kränkelt anhöre ich habe ein bisschen erkält wenn damit es um erkältet seht es mir bitte nach ich hoffe dass ich wieder vernünftig so er fängt an mit sieben minuten elf ich muss jetzt ein bisschen aufpassen dass ich hier nicht so ich würde sagen das weiß ist die straße aber irgendwie ist alles weiß ich finde es nicht so meine welt wir müssen natürlich wieder ein bisschen aufholen zurück wenn alles andere zu gut ist nichts für rechts durchsäckung links 6 6 6 6 6 6 6 6 6 So, den zweiten Halter sind wir wieder aufgeholt. Wir sind knapp vorne. Das war alles anders gut. Gut, einen kleinen Salto. Kennen wir ja. Also Salto war es nicht in der Überrolle. Überrolle war es. Ja, ist ja gut. Dann kriege ich halt noch... Genau, da liege ich auf dem Dach, damit ich halt wirklich die Zeitschreife bekomme. So, Schweden ist nicht meine Welt. Was gut ist, dass wir das... Ich wollte mal gucken, wie ich das Bild heute setze. Wenn jetzt nur 10 EI kommen, dann fahre ich wirklich 2-2-2. Also dann ist es halt so. Dann fahre ich wirklich die Woche nur Schweden. Aber gucken wir mal gleich. Ich habe nämlich nicht auf die Drecke geachtet. Wir liegen immer noch zurück. Wir müssen auf jeden Fall auch vor 10 Sekunden zurück schauen. 11,3 der Rückstarre. Wir haben wieder verzeiht. Wir verlieren Zeit ohne Ende. Ich habe es echt in der Backe heute. So, Schweden ist nicht meine Welt. Links, 4, überwenden. Rechts, 3, überwenden. In rechts, 4, lang, durch 6. Links, 5, überwenden. Rechts, 6. Ah, da bist du noch gut. Aber immer noch 9 Sekunden. Alter, wir müssen... Geh doch mal auf die Strecke zurück. 10, 80, guck. Rechts, 6. Rechts, 5, überwenden. Links, 4, lang, durch 6. In links, 3, überwenden. Rechts, 4, überwenden. Links, 6. Kuppe, 80, senke. Rechts, 6. Links, 6. Achtung. Links, 4, überwenden. Rechts, 3, durchsenke. Wagen zu, 2, Kuppe. Das war mir fast klar. Der Rutsch in den Dreck. Oh, wieder 4 Sekunden. Da bin ich wirklich... Ich glaube, das Ding will man nicht gewinnen hier. Das Rennen. Aber gut. Wir haben ja noch Zeit genug ohne Ende. Links, 2, wagen auf. Durchsenke. Kuppe, senke. Rechts, 4. Überwenden. Links, 4. Überwenden. Rechts, 3. Überwenden. In rechts, 4. Lang, durchsenke. Links, 5. Überwenden. Links, 6. Kuppe, 80. Senke. Rechts, 6. Links, 6. Rechts, 4. In offene Kehre. Links. In rechts, 5. In links, 6. So, wir sind wieder dran. Also, so viel zum Thema wie gewinnen das nicht. Schauen wir mal. Das ist Zeit genug eigentlich noch. Rechts, 3. Durchsenke. Links, 4. In rechts, 2. Dann, überwenden. Und noch links, 3. Durchsenke. Kuppe. Rechts, 3. Durchsenke. Links, 3. Durchsenke. Links, 3. Überwenden. Sprung, Baustürme, in rechts, 4. Durchsenke. In links, 4. Links, 4. Überwenden. Rechts, 3. Überwenden. Mittlerweile führen wir wieder. Lang, durchsenke. Links, 5. Überwenden. Achtung. Links, 4. Überwenden. Rechts, 3. Durchsenke. Macht zu. 2. Kuppe. Links, 4. Überwenden. Unter. Rechts, 4. Überwenden. Links, 2. Macht auf. Ruhig senken. Kuppe senken. Rechts, 4. Überwenden. Links, 6. Überwenden. Rechts, 5. Lang. 80. Überwenden. Links, 6. Rechts, 4. Kuppe. Links, 3. Lang. Überwenden. Bis zielen. Ransom zum Marsch. So. Mein Name ist doch irgendwie noch geschafft. Ich weiß nicht, wie aber wir haben es geschafft. So haben wir einen super deutschen Postpunkt. Sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut gemacht. So. 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 Was haben wir denn überhaupt für Strecken? Ja gut, es geht noch. Morgen ist kürzer. Also heute wird es ein sehr langer Tag werden. Mit 7,7 Kilometer. Okay, wir machen trotzdem 4,4. Es bleibt dabei. Okay, passt perfekt. Können wir morgen mit einem neuen Ding anfangen. Mit einem neuen Strecken anfangen. Okay. Gut, weiter geht die Reise. Das ist immer gut, weil die Schäden ignoriert werden können. Ja, heute nochmal mit 7 Kilometer. Also ich schicke es dort so lang. 10, dann mache ich 2 mal 4 oder 5 mal 4 oder so. Ja, können wir hin. Ich würde es heute noch so langer Tag werden. So, erster Abschluss schon mal positiv. Und dieses obligatorische, ich werde uns in der Wand hängen bleiben und überschlagen mich. Passiert auch hier. Okay. Okay. Rechts 3 überwenden, in rechts 4 lang durch 6, links 5 überwenden, rechts 5 überwenden, links 4 lang durch 6, in links 3 überwenden, rechts 4 überwenden, links 5 in 60 überwenden, rechts 6, links 6, 60, rechts 4, links 4 durchsäcken, rechts 3 durchsäcken, links 3 durchsäcken, links 3 durchsäcken, links 3 durchsäcken, links 2 lang überwenden, rechts 4, links 4 in rechts 2 lang durchsäcken, links 3 durchsäcken, links 3 durchsäcken, links 3 durchsäcken, links 4 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 durchsäcken Ich bin schon wieder auf der Strecke zurück. Upsi. Habe ich hätte nicht erwartet, dass das letzte Rennen gewinnt. Dafür war der Abstandgröße sehr groß, aber dann haben wir es ja nochmal rausgeholt. Und hier bin ich jetzt ein bisschen überzeugt davon. Übrigens ist das... Ei, 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 ei. Wie ist das hier die 100. Folge von Dirt 4? Also ein kleines Jubiläum habe ich hier auch noch. In links, 6. Links, 6. Kuppel, 80, senke. Rechts, 6. Links, 6. Rechts, 6. In links, 5. Überwenden. In rechts, 6. Durchsenke. Links, 6. Durchsenke. In rechts, 5. Überwenden. In links, 6. 60. Achtung. In links, 5. In links, 5. Aber wir liegen wieder... Ja. Eu, eu, eu. Wir haben einen großen Abstand gehabt und den haben wir jetzt vom Feld verzockt. In dieser Aktion verlierst du den Halt komplett. Links, 4. In rechts, 2. Nach, überwenden. Kuppel. Links, 3. Durchsenke. Kuppel. Rechts, 3. Durchsenke. 60. Rechts, 4. Überwenden. Links, 2. Wacht auf. Durchsenke. Kuppel, senke. Rechts, 4. Überwenden. Links, 6. Durchsenke. In rechts, 5. Überwenden. In links, 6. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen Gas geben. In links, 6. In rechts, 4. In 90 Grad. Rechts, lang. Links, 6. Links, 6. Achtung. In links, halb überwenden. Rechts, 5. Lang, 6. Links, 5. Rechts, 6. Überwenden. In links, 5. Lang, überwenden. Kuppel, weg. Rechts, 6. 60. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Es ist jetzt der letzte Abstand hier. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. Rechts, 5. In links, 5. Überwenden. In rechts, 6. Durchsenke. Rechts, 4. Links, 3. Lang, überwenden. Bis ziehen. Okay. So, Gott sei Dank. Haben wir eine, nach einem kleinen etwas schwächeren Zwischenzins, haben wir aus der Menge doch hinten raus gehabt geholt. Aber 5,6 Sekunden ist natürlich nicht die Welt. Aber ist egal. Wir haben es. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Gut ہے. Gut. Nächste Teil 6,1, 2 Kilometer. 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 Aber wenn wir ja nur minimal verloren haben. Hauptsache, wir haben gewonnen. So, weiter geht es jetzt mit dem nächsten Teil. Dann geht es 4,48 Kilometer nochmal. So, weiter geht es. So. Alles okay. Keine Verzögerung. 5, 4, 3, 2, 1, los. Let's go. Folgendes mit dem Schnee. Ist das ziemlich fies. Schneedunkelheit. Ja, ja. Rechts 5 hin. Links 3 durch Senkel. 60. Rechts 5 hin. 60. Rechts 6 überwählen. In links 5 hin. Lach überwählen. Kuppel 10. Rechts 6. 60. 160. Letztes reiten überwählen. Sport 18. Rechts 4. In links 4. Durch Senkel. Bauchstelle aus. Achtung. Achtung. Rechts 3. Durch Senkel. Rechts 4. Überwählen. In links 5. Durch Senkel. Achtung. Rechts 4. Rechts halten. Überwählen. Sprung. Links 6. Durch Senkel. In rechts 5. Überwählen. In links 6. Kuppel. Mittig halten. Überwählen. Sprung. 60. Kuppel. 60. Rechts 6. 90 Grad links lang. In links 4. In rechts 5. 150. Achtung. Lachsack. Kuppel. Sprung. In rechts 4. Lang überwählen. Kuppel. Links 4. 80. Rechts 4. Überwählen. Links 2. Wacht auf. Durch Senkel. Kuppel Senkel. Rechts 4. Überwählen. Rechts 4. In links 4. Durch Senkel. Bauchstelle. Sag, er ist sich einfach gerade zu fahren hier. Morgen der Tag wird von der Kilometerzahl ja kurz um einiges kurz zu werden. Links 4. Überwählen. Auch bei der Zeit wahrscheinlich, ja. Rechts 3. Durch Senkel. Aber jetzt müssen wir uns mal konzentrieren. Steigen. Steigen. Links 4. Überwählen. 80. Links 3. Durch Senkel. Kuppel. Rechts 3. Durch Senkel. Kuppel. Links 2. Lang überwählen. Rechts 4. Links 4. In rechts 2. Lang überwählen. Kuppel. Links 3. Durch Senkel. Kuppel. Rechts 3. Durch Senkel. Rechts 6. In links 5. Überwählen. In rechts 6. Durch Senkel. Kuppel. Mittig halb. Überwählen. Sprung 60. Kuppel 80. Rechts 4. Durch Senkel. Links 2. Macht auf. Kuppel Senkel. Kuppel Senkel. Rechts 4. Durch Senkel. Oh, Glück hat das sich direkt auf die Steige geflogen, wenn es hätte mich besenden können. Links 3. Durch Senkel. Links 1. Überwählen. Sprungbaustelle in den rechts 4. Durch Senkel. In links 4. 130. Bis ziel. So, geschafft liebe Leute. Wir sind durch für heute. Aua. Wir sind durch für heute. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. So. Und den nächsten Teil sehen wir uns dann ab morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock habt. Bis dahin und tschüss. Bis dahin. imagery3. Was.